Der junge Mann in der Bar Ein junger Mann in einer Bar sieht einen Rentner und will ihm eine Lektion erteilen. Er geht auf ihn zu und will ihm erklären, warum die alten Leute seiner Generation nicht verstehen können. Sie sind in einer anderen Welt aufgewachsen, in einer primitiven Welt, sagt er so laut, dass alle es hören können. Wir jungen Leute von heute sind mit Fernsehen aufgewachsen, mit Internet, Raumfahrt, Elektroautos und den besten Computern. Er macht eine Pause, um sein Bier auszutrinken. Der alte Mann nutzt die Zeit, dreht sich zu ihm um und sagt. Du hast recht Junge, wir hatten all die Sachen nicht, als wir jung waren. Also haben wir sie erfunden. Und was leistest du so für die nächste Generation? Der Saal applaudierte. Leg dich nie mit einem Senioren an. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020